Was sagt er? Wer grunzt? Jetzt könnt ihr eigentlich, warte mal. Jetzt hab ich 1360 Schrottteile. Auf Kühlerfigur. Vorschau, wie schaut denn die aus? Nein. Moment. Wobei, hinten tue ich andere hin. Eins, Henk. Drei mal. Ja gut, macht schon was her, gell. Warte mal. Meine Harpune. Stufe 4, oder? 900 kostet das. Nimm mit. Jetzt kann ich normalerweise die Reifen runterreißen, gell? Mit der Harpune. Mit der Harpune. Mit der Harpune. Wie schaut denn aus mit der Harpension? Da oben. Raucht sich da auf. Oh Gott. Und mit der Dorf. Wobei, da drüben, gell? Könnte auch noch vorbeischauen. Die kaputten Rohre. Die kaputten Rohre. Bauen wir da oben. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich möchte eine Harpension machen. Oder mehrere. Wäre nicht. Ja, ich könnte eigentlich wieder mal ins Umfeld rumgehen, gell? Oh. Wo schaut denn aus? Können wir nicht? Nicht gut, oder? Leider doch. Bauerbär. Bauerbär. Dann geht ihr den Trickert. Eine Todesschode. Wohl. Ja, und die anderen zwei. Ein Ölpumpenlager. Das habe ich noch nicht verräumt. Ja, gut. Wird Zeit gehen. Katsung, Katsung. Der Pumpcam. Ja, der Ladys. Ich bin's. Die buchen auf. Geil. Eine Einladung. Und ich bin's. Ja, ja, ja. Ja, ja. Beim Flug. Wohl. Das hat er denn heute nicht geworfen. Aber gleich. Schamppacket, geh in Deckung. Jetzt fliegen die Fetzen. Eine Massenschlägerei. Koppelhacksnobby. Woll. Oder Dropkick zur Verdauung. So, wir machen noch. Eine Massenschlägerei. Eine Massenschlägerei mit Wexchen. Ja, was ist das? Ja, was haben wir da? Eine Brücke. Warte mal, das mag nicht zerstören, geh. Oh. Um Gottes Willen. Entwarn die Zerstörung. Was haben wir denn da? Spähcrewteile, geil. Klopf, klopf. Niemand daheim? Ein Schrottteil. Da, Rinder. So, sag mal, guter Mann. Wie ist die gekommen? Warte mal. Meine Fehlflaschen. Dann sind wir zumindest auf der sicheren Seite. Wie geht man durch mich? Ja, da ist er. Der Damage. Hier, hier mitzuhören. Du geh. Spähn dir mal nicht. Wo ist er da? Er ist da drin. Eins und vier. Oh. Er hat ein Locus. Wir verkaufen kein Essen. Ich weiß nicht. Ich hab nämlich eins. Bei der Flogel, darf ich. Was haben wir da drin? Ein Bauteil. Jawohl. Zwei von drei. Der Parotseite, den ich brauch. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Das ist so. Geile Aussichten. Aha. Ich wieder. Du hopper. Der jeden hopperer Prügel. Oder Misser. Das ist so. Du, geh. Die Kuschel ist wirklich. Da hab ich durchgegeben. Ich suche eigentlich die Pumpen, geh. Die Tomat. Aha. Warte dir auf bessere Seiten. Oder auf mich. Hallo, Freunde. Haben wir gesessen, geh. Du, geh. Zusammenreißen. Nicht von hinten. Möcht'n ihr, ha? Anstellen. Möcht'n mal hervor. Möcht'n mal hervor. Möcht'n mal hervor. Könnt'n ja nicht da warten. Möcht'n mal hervor. Möcht'n mal hervor. Möcht'n mal hervor. Ja, das war die Nuten. So, wie schaut'n aus? Die Pumpen, die ist da drüben. Die vier Zeichen, ja gut, schalt auf dich. Unbedingt brauch ich's nicht, geh. Was haben wir da? Nix. Da drüben ich die Bomben, was haben wir da hier rum? Hör auf, komm gleich. Brüte, Grund und Dank. Warte mal, los du mich noch. Benötigt eine Explosion. Dafür benötige ich erstmal einen Kanister. Da ist er, da ist er. Ja gut, pumpen. Wobei das, wie ich schon erwähnt, ein bisschen unlogisch ist, geh. Wenn das schon an dem Öl mangelt, dass du noch die Pumpen in die Luft springst. Das fünfte von acht Schrottteilen. Wobei ich schon treff. Jetzt zieh ich ab. Da war, da war ein Symbol. Das könnte ich eigentlich noch weghauen. Und zwar mit dem Donnerstecher. Komm ich da rum. Komm ich, hä? Da war ein bisschen her. Scheiße. Mitten durchgerufen. Was ist das? Ungefähr. Ach so. Jawoll. Oh. Das ist gerade das Ding umgekaut. Jump Bucket, ich komme. Ja und? Was soll denn die Sido? Bauen die auf oder reißen die auf? Are you away on one of your long turnies inside your brain? Are you well enough to drive? Schnauze. Mir geht immer gut. Okay, Boam. Jetzt fahren wir. Wo fahren wir hin? Eine Schatzbegegnung. Soll ich da vorbeischauen? Wahrscheinlich gibt's wieder nix, oder? Wieder vor. Und dann werde ich mich langsam durchschlagen, der Hauptmission. Da treibt nieder. So. Seh, fix dich, ich bin so da her. Freunde, trifft dich schlecht. Oh, ein bisschen blöder. Dieses Hirn fott mich jetzt oben. Gut, steig ein. Weg mit dem Reifen. Da hast du nimmer. Oh. Was sagt er, ein Boom-Boom-Fields in dieser Region. Was sagt er? Ein Boom-Boom-Fields. Da drüben. Da darf man lieber nicht rein. Ich wollte mich eigentlich mit diesen Typen da unterhalten. Ja, such dir was. Ne, oder? Da drüben. Da kam er. Da kam er. Das ist es. Ich bin zu nah, ich war zu nah. Barsch. Barsch. Stink. Gum. In den Hügel. Nein, so ein Ölbringer. Oh, Krettbruch. Ja gut, der wollte so gehen. Gehe ich nicht dafür. Vom Leider löst. Meint, ich ist erlos, ja. Relikt, möge ich. Wenn, dann drei Bauteile. Minenfeld. Ja gut, von mir, Mudoife. Vom Sniper. Ja gut, von mir, Mudoife. 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 Ja gut, von mir, Mudoife.